Und hier ist sie wieder. Die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Herzlich willkommen zur 10 Euro Überraschungsshow. Ja, wie die Sendung heißt, Überraschungsshow. Wir wissen nicht, was drankommt. Wir wissen nur, dass das sind geniale Schnäppchen auf 10 Euro abgesenkt. Sie dürfen bis zu 5 Mal zuschlagen. Und falls ein Preisalarm drankommt, dann leider nur einmal. Aber ich würde sagen, without much further ado, Frau Michalski hat ihre Hausaufgaben gemacht. Du weißt alle Regeln. Und ich würde sagen, hau rein. Ich darf aufbuzzern. Ach, da aufbuzzern wir ein. Göttlich. Und Diana, ganz graziös heute wieder. Wow. Wie heißt es? Das scheint ein bisschen schwer zu sein, würde ich mal sagen. Ich war gerade wie beim Arzt, wenn die checken, ob die Reflexe noch gehen. Also da ist schon eine Qualität dahinter. Das ist eine 5-in-1-Personenwaage mit Körperanalyse bis 180 Kilo. Ja, und wer möchte denn jetzt mal sein Gewicht hier demonstrieren, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir uns anscheinern. Ich habe die zu Hause. Ja? Die ist richtig zuverlässig. Du wiegst dich? Einfach mal kurz antippen. Also, ah, ich kann meine Schuhe aus. Ne, geht nicht. Warum? Ich habe kein Loch in der Strumpfhose. Ich lasse die Füße einmal an. Ich lasse die Schuhe an. Also ich muss einmal kurz drauf tippen. Genau, und dann gehe ich drauf. Genau. So, eigentlich wäre ich jetzt gerne ausgezogen. Ach, du bist ein Fliehengewicht. Fliehengewicht? Ja, also das ist natürlich super. 61, guck mal, jetzt geht auch 62. Oh, atmen. Und das nach dem Essen und mit Kleidung. Und vor allem, du hast hier nicht nur dein Körpergewicht, sondern es ermisst auch noch deinen Körperfettanteil, deine Muskelmasse und dein Wasser- und Knochenanteil an Gesamtgewicht. Also hier hat man eine komplette Übersicht über alles, was wichtig ist. Und vor allem, man kann das für die ganze Familie nutzen, denn es sind bis zu 10 Profile speicherbar. Wow, also richtig intelligent. Aber was mich auch noch fasziniert, ist eben, wie dünn die ist. Das ist ein Glas, ne? Und dann haben wir hier die Sensoren, da, genau, wo man eigentlich mit den Füßen draufstehen würde. Aber ich würde die ausziehen, die Schuhe, ich würde das richtig machen. Geh mal bitte kurz rein. Aber ich habe da gerade ein Loch in der Strumpfe. Das möchte ich Ihnen nicht antun, aber ich finde die wirklich auch schick. Und so flach, also das ist Glas, ne? Glas? Ja, also richtig egel und gerade. Viele möchten jetzt auch ihren Winterspeck loswerden, aber da muss man natürlich auch erst mal wissen, wie viel hat man denn eigentlich? Und das kann ich hier auf dieser Waage ganz genau mit herausfinden. Dann gibt es nochmal so kleine Tasten, da können Sie das dann einfach umstellen. Und nochmal, Sie können hier 10 Profile für Ihre gesamte Familie einmal anlegen. Das heißt, da kann sich jeder immer wieder messen und er hat dann immer wieder sofort das richtige Profil. Und er weiß, wie viel habe ich abgenommen? Was habe ich an Körperfettanteil verloren? Was habe ich an Muskelmasse verloren? Was machst du denn jetzt? Ich wieg mich. Guckt ihr mal nach vorne. Das geht nicht mehr. Ich habe doch jetzt, jetzt, jetzt. Frau Michalski, gucken Sie weg. Nein, Schatzi, komm. Du kannst auch, nein. Hey. Hey. Das ist meine Waage. Das ist ja auch irgendwie 59, also das ist 60, 62. Ich weiß es nicht. Ein spezielles Produkt für jeden, der es braucht. Bis zu fünfmal dürfen Sie ja auch hier gerne wieder zugreifen mit der Bestellnummer PX8839 und der 569. Alleine hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei knapp 40 Euro. Sie kriegen sie jetzt wieder für unglaubliche 10 Euro. Und wenn Sie noch so eine alte, analoge Waage haben, dann gönnen Sie sich gerne mal eine neue Körperwaage, denn gerade auch nochmal mit diesen digitalen Messwerten, mit diesen verschiedenen Anzeigen, da sind Sie genau auf dem richtigen Weg, um alle Werte genau im Blick zu halten und vor allem alles richtig zu beobachten. Bei der Größe nur 62 Kilo, das ist ganz schön. Ich war nochmal gar nicht fertig. Achso. Okay, dann mach mal fertig. Wir passen mal ganz schnell und holen das nächste Produkt und lassen uns noch einmal überraschen. Klein geht es weiter. Ja, Wahnsinn. Hier werden Reflexe getestet, Kilos gewogen. Also wirklich wahnsinnig, wie die Show anfängt. Das ist eine Hörunterstützung. Ganz genau. Ein bügelloses In-The-Ear-Hörverstärker mit Batteriebetrieb. Also In-The-Ear bedeutet, das tut man sich einfach ins Ohr hinein. Das ist so wie unsere In-Ears, die wir jetzt haben, um mit unserer Regie zu kommunizieren. Und Sie können damit natürlich auch nochmal viel, viel besser hören, denn damit können Sie wieder aktiv am Leben teilnehmen. Eine gute Unterhaltung, ein scherzhaftes Gespräch, ein fröhliches Kinderlachen oder eine interessante TV-Sendung. Jetzt nehmen Sie wieder alle Klangfarben des Lebens wieder ungetrübt wahr. Es wird bis zu maximal 32 Dezibel verstärkt. Sie können sich das anpassen an Ihre Umgebung und das Ganze ist batteriebetrieben. Das heißt immer und überall dabei. Und ich weiß, so Hörgeräte kosten sonst richtig, richtig viel. Und bevor du so viel Geld ausgibst, probiere das doch erstmal mit sowas aus, ob du es überhaupt brauchst oder ob du es überhaupt benötigst. Ja, genau, weil oftmals ist es tatsächlich auch nur ein Ohr, was eben ein bisschen schwächelt. Bei meinem Papa ist es das rechte Ohr, was irgendwie sehr wenig hört. Immer wenn ich rechts was rein sage, dann dreht er sich nach links um, denke ich mir so, uh. Und er verweigert eben bisher ein Hörgerät. Deswegen das zum Testen ist wirklich ideal. Weil ganz ehrlich, es ist ganz klein, man kann hier alles einstellen. Man hat auch verschiedene Aufsätze, die einen kleinen und einen großen eben, entsprechend des Ohr oder des Gehörgangs. Und dann kann man das reinmachen und dann endlich mal gucken, hey, wie laut brauche ich es? Wie arg brauche ich es denn verstärkt? Also zum Einstieg oder zum Ausprobieren bei dem kleinen Weiß, das müssen Sie probieren. Aber vielleicht will dein Vater einfach auch dich nicht hören und sagt einfach nur mal so auf dem richten Ohr. Ja, selektives Hören nennt man das. Das ist wohl möglich, aber trotzdem muss ich es mal reinschummeln. Vielleicht kriege ich dann die ein oder andere Info mit rein. Du, ja, wie ich denke, dass das ist. Wer weiß, ne? Man kann ja auch zwei bestellen. Kostet ja nur fünf Euro, da hat man es für das linke, äh, zehn Euro, da hat man für das linke und rechte Ohr, jetzt wollte ich gerade sagen Auge, da hat man für das linke und rechte Ohr, so ein Hörverstärker. Also wenn Sie auch unseren... Damit das Auge besser hört. Ja, wenn Sie jetzt auch gerne Ihren bügellosen ETE-Hörverstärker haben möchten, einer kostet knapp 19 Euro bei Pearl.de. Sie bekommen ihn jetzt für unglaubliche 10 Euro mit der Bestellnummer NC4950 und der 569. Ja, beide dann zum Beispiel für beide Ohren, dann haben Sie 20 Euro ausgegeben und dann können Sie natürlich auch wieder aktiv im Leben teilnehmen. Sie holen sich mehr Lebensqualität zurück. Also genau das, was wir ja eben schon mal die ganze Zeit Ihnen gesagt haben. Und ich finde, zu diesem Preis ist das genial, um es einfach mal auszuprobieren. Ja, genau. Wir leben Lebensfreude und es macht ganz viel Spaß und ich buzzer einfach. Ja. Noch mehr Spaß buzzer ich jetzt rein. Und ganz schnell das nächste Produkt. Oh, ein pinkes Backlick. Oh, meine neue Farbe Pink. Pinky and the Brain. Hier geht's heiß her. Wow. Nimm mal einen. Und das ist ja ein richtiger Innengucker. Das ist eine Gartendekoration. Ein träumender Engel mit Solar-LED-Beleuchtung. Und die finde ich richtig, richtig schön. Romantische Beleuchtung für den Garten und Balkon. Die reich verzierte Skulptur aus wetterfesten Polyresin sieht überall wunderschön aus. Der besondere Clou, abends ist sie beleuchtet. Tagsüber sammelt ein verstecktes Paneel Sonnenenergie. Abends gibt diese Lampe diese in Form von Kuschellicht wieder ab. Doppelt schön. Tagsüber zieht die kleine Engelstatue im Antiklook alle Blicke auf sich. Und abends wird die friedliche Figur dann zur effektvollen Beleuchtung im Rosenbeet, auf der Terrasse oder eben auch am Gartenteich. Und ich finde, die hat was. Es war ein schönes Geschenk für jemanden, der jetzt momentan sehr viel Stress hat, Sorgen hat, Kummer hat. Es ist eine Art Schutzengel. Und einen Schutzengel kann jeder gebrauchen. Er sieht außerdem dekorativ aus und er ist von allen Seiten schön ganz hochwertig verarbeitet. Und auch mit dieser kleinen Kugel in der Mitte. Du hast ja gesagt, solarbetrieben. Das heißt, tagsüber wird diese Kugel aufgeladen, speichert die Energie des Tageslichtes, beziehungsweise nicht die Kugel, sondern die Solarzelle speichert die Energie. Und sobald es anfängt, dunkel zu werden, leuchtet diese Kugel ja ganz magisch. Ich finde es auch schön, dass sie so eine richtig schöne Größe hat. Ich würde sagen, bei 25 Zentimeter Höhe würde ich so schätzen ungefähr. Und auch einfach, dass man keine Sorgen mehr hat. Man muss sich nicht um Kabel kümmern, dass man verstecken muss. Man muss keine Batterien einlegen oder, ja, keine Ahnung, man hat da wirklich eine Sorgenfreiheit. Oder auch irgendwie, ne, vielleicht das Licht ändern. Das ist ja auch eine LED-Technik, die hält ihn ganz, ganz, ganz viele Stunden. Also einmal hingestellt und schon sorgt das Solarpanel, dass es immer, wenn es dämmert, eben anfängt zu leuchten, diese Kugel. Aber es ist auch ganz schön detailverliebt. Also das Gesichtlein vom Engelchen, die Flüglein, auch das bisschen Speck am Bauch. Ich finde es zuckersüß, muss ich sagen. Das bin ich. Die Bestellnummer brauchen Sie noch. Das ist die NC 6872 und die 569. Übrigens sind die auch wetterfest. Das heißt, nach IP44 können Sie die gerne eben auch nach draußen stellen. Wow. Wir hören jetzt auch gerade schon, wo unsere Körperwaage ist. Richtig, richtig stark nachgefragt. Unter anderem Carmen war mit dabei. Carmen, alles richtig gemacht. Sie wollen Ihre Werte ab sofort im Blick haben. Und da können Sie natürlich auch alles ganz genau sehen, beziehungsweise alles richtig erkennen. Und wenn Sie sich noch so eine schöne Engelsfigur suchen für 10 Euro, das ist ein Spitzenpreis. Ich kenne solche Engelsfiguren nur für richtig, richtig viel Geld. Mir hat letztens auch eine Kundin geschrieben, die hat die für den Friedhof, dass sie da einen Schutzengel aufstellt. Auch eine schöne Idee. Ja. Ich mache mal, oder? Ja, bitte. Der passt zu deinem Outfit, der Knopf. Das passt auch heute. Er hat meine Rundung. Und der ist jetzt seit einem Jahr verstorben. Ja, der signiert dafür. Als kleines Geburtstagsgeschenk auch aus Grabein. Kostet ja auch nicht viel, ne? 10 Euro. Super Preis. Vielen Dank. Wir machen weiter. Und es wirkt ein bisschen... Eigentlich kann ich feiern. Wow. Was ganz Besonderes. Ein elektronisches Feuerzeug mit doppeltem Lichtbogen. Akku betrieben. Und das in dieser tollen olivenen Farbe. Ein Feuerzeug nämlich für alle Fälle. Denn es spendet Ihnen jederzeit und überall Feuer. Und geht der Akku zur Neige, laden Sie einfach per USB wieder auf. Genau wie Ihr Smartphone. Umweltfreundlich und wirtschaftlich. Zuverlässig bei jedem Wetter. Und ich glaube, so was kann jeder gebrauchen. Ja, also ich finde es auch vom Look her total cool. Also ich habe noch kein cooleres Feuerzeug gesehen. Schon allein, wenn es noch geschlossen ist. Also wie man hier sieht auch, man kann es unter Wasser werfen. Also nicht nur Spritzwasser geschützt, sondern tatsächlich wasserdicht. Mit dieser schönen Verpackung. Das ist keine Verpackung, das ist einfach dieses Gehäuse. Dann haben wir hier so einen Lock, wenn man das öffnet, dann kann man es tatsächlich öffnen. Und dann kommt natürlich der magische Teil. Wenn man auf den kleinen Knopf drückt, dann hat man hier so kreuzende, ja was sind das? Elektrische Lichtbogen. Und wie wird das gemacht genau? Das Ganze ist elektrisch. Genau, also du hast da keinen Gas mehr, was du nachfüllen musst. Du musst da jetzt nicht irgendwie noch Benzin reinfüllen, sondern es wird alles elektronisch erzeugt. Und es wird ein sogenannter Plasmabogen erzeugt. Und da haben Sie eben jetzt hier den großen Vorteil. Vor allem, den kann man fast nicht auspusten. Dankeschön, Plasma. Das stimmt, also das ist ein richtiges Sturmfeuerzeug. Also auch besonders Wind- und Wetterfest. Ob Sie jetzt draußen mal eine Zigarette anzünden möchten. Oder eben für Kerzen. Das ist ganz cool. Vor allem, es hat auch nicht jeder. Normalerweise so ein Feuerzeug schmeißt man irgendwann weg. Oder man verliert es. Aber sowas behält man gut im Auge. Weil das möchte man nicht verlieren. Das möchte man auf keinen Fall verlieren. Und vor allem, das ist auch mal ein schönes Zwischendurchgeschenk. Oder wenn Sie vielleicht auch mal jemandem was Gutes geben wollen. Und ich glaube, damit könnte man auch so unter Rauchern mal ins Gespräch kommen. Hast du mal ein Feuerzeug und dann gibst du das hin. Und er sagt, ich wollte jetzt nicht irgendwie was anderes von dir. Dann machst du es auf und sagst, das ist doch ein Feuerzeug. So was für 10 Euro Spitzenpreis wieder für Sie. Mit der Bestellnummer NX1430 und der 569 dürfen Sie auch hier wieder bis zu 5 mal zugreifen. Unverbindliche Preise für die Industriehersteller sind nach 30 Euro. Rufen Sie gerne an unter der eingeblendeten Telefonnummer. Oder gehen Sie ins Internet unter pearl.tv. Ja, also auch cool mit der Öse. Und so richtig eben für Outdoor-Aktivitäten auch. So für Leute, die gerne ein bisschen Adventure raus sind. Und dann, ja wer weiß, Pfadfinder, hey, mal so ein paar machen. Rufen für Kurt, okay. Ja, super hier. Es sieht cool aus, es kann ganz viel. Und es sind Plasma-Bögen tatsächlich. Also innovativste Technik. Und das für 10 Euro, da müssen Sie aber schnell sein. Und schnell gehe ich an alles Wasser. Und es ist Preis daran gezahlt. Jetzt heißt es wieder, es kommt ein Produkt, was normalerweise nicht in die 10 Euro Überraschungsshow gehört. Auch das scheint wieder ein bisschen schwer zu sein. Und wir schauen mal, was es jetzt für Sie ist. Ein Dreier-Set. Ernsthaft? Das sind drei verschiedene Größen. Genial. Ein Dreier-Set Glasfischhalte-Dosen mit Klickdeckel. Zwei Kammern von minus 40 bis plus 450 Grad. Das ist nämlich richtig hochwertiges Glas, was wir hier haben. Und vor allem, das macht natürlich erst richtig viel Spaß, wenn man das mit Essen befüllt. Oh ja. Das stimmt allerdings. Und was ich wirklich toll finde, da ist so eine Dichtung drin. Da friemelt Anne gerade mit rum. Das ist so schön dicht. Das können Sie kopfüber dann auch transportieren, wenn die es nicht mal gerade liegt in der Tasche. Und wir haben hier drei von diesen Borosilikat-Aufbewahrungsdosen inklusive Deckel-Dichtungsband. Also das ist perfekt, wenn man mal was übrig hat für kleine Mahlzeiten, für größere oder vielleicht auch gleich für zwei Personen. Und immer ist Soße vom Nudel oder Kartoffel getrennt. Ich mag das nicht. Wenn man so ein Essen bekommt, das sieht aus wie Matsch. Dann schmeckt es ja auch nicht. Wenn man es schön separiert aufbewahren kann, dann schmeckt es auch gleich viel besser. Ja, oder auf die eine Seite Salat, auf die andere Seite das Dressing oder auf die eine Seite Joghurt, auf die andere das Müsli. Wie auch immer, es matscht eben nichts. Man kann vorkochen, man kann den Kindern was mitgeben, man kann es sogar in den Backofen stellen. Das ist das schöne Borosilikat, ist extrem hitzebeständig. Das heißt, Sie können hier drin etwas zubereiten, Sie können einfrieren, auftauen und sogar natürlich ohne Deckel das Ganze aber noch in den Backofen stellen. Also die sind enorm hitzebeständig. Wahnsinn. Weißt du, was ich inzwischen mit solchen Glasformen mache? Ich nehme die mit zum Bäcker, weil ich möchte darauf verzichten, so ein Back, also so ein Papier eingepackt zu haben. Ja, ich denke da ein bisschen umweltfreundlich und dann drehe ich das immer rum, lasse auf den Deckel mir den ganzen Kuchen machen. Jetzt hier könntest du schön zwei Sorten zum Beispiel trennen. Oh, schöne Idee. Auf der Seite schönes Stückchen Torte, auf die anderen vielleicht so ein bisschen Blechkuchen. Für 10 Euro ist ja ein Spitzenpreis, gerade vor allem Glas hat einen großen Vorteil, das nimmt keine Verfärbungen an. Ich bin inzwischen zu Hause komplett auf Glas umgestiegen und ich kann Ihnen eins sagen, jeder der mich hier kennt, wenn ich mir mittags mein Essen hier warm mache, habe ich meistens immer so eine Glasform mit dabei. Und Sie kriegen die jetzt hier zum kleinen TV-Sonderpreis von unglaubliche 10 Euro. Sie sparen heute auch mit der Bestellnummer NX 5904 und der 569 sparen Sie jetzt nämlich knapp 11 Euro, weil bei Pearl.dee sind es 21 Euro und Sie kriegen es jetzt für 10 Euro. Unverbindliche Preise im Film des Herstellers liegt bei knapp 40 Euro. Ja, und unseren Preisalarm, den haben wir eben mal kurz fallen gelassen, weil wir wollten demonstrieren, dass das auch sehr bruchtsicher ist. Also ich würde es jetzt nicht auf dem Glas oder auf dem Steinboden fallen lassen, aber es ist wirklich eine bombastische Qualität, dieses Borosilikatglas. Wir haben nicht vandaliert, wir wollten nur mal zeigen, wie hochsicher ist. Das ist wirklich eine tolle Qualität. Wir sind nämlich die Alles-Tester. Und es geht weiter hier in unserer 10 Euro Überraschungsshow und wir gehen jetzt ein bisschen nach außen, beziehungsweise wir reknicken ein bisschen. Und das passt ja super mit unseren Dosen auch zusammen. Raus nach draußen. Draußen die Natur, wollen wir? Raus in die Natur. Wie eine Familie. Ja. Ja, weil das Schöne ist, auch wenn das Gras. Die ist ja riesengroß. Ja. 200 mal 175 Zentimeter mit einer wasserabweisenden Unterseite, damit das nächste Picknick richtig schön kuschelig wird. Einfach ausrollen und ablegen. Und das können Sie nämlich auch ab sofort hier jederzeit einmal mitmachen. Nach dem Picknick ist die Decke super flink wieder aufgeräumt und eingepackt. Und Mädels, ihr müsst jetzt sagen, wie bequem die ist. Sehr bequem, jetzt fehlt noch ein Sektchen. Ja, und du fehlst auch noch, Entschuldigung. Ja, du fehlst auch noch. Ja, ich bleibe auf meinem Stuhl sitzen. Oh, da ist so viel Platz. Och, Mensch, man könnte sich einrollen sogar. Und was das Tolle ist, die haben ja so eine Beschichtung unten. Selbst wenn das Gras, das hat ja immer so ein bisschen Feuchtigkeit, das geht nicht durch. Und man bleibt oben schon warm und kuschelig und unten ist es trotzdem gleich feucht. Und wie du das zusammengerollt hast, diese Taschenfunktion, das sieht top aus. Sollen wir dich mal einrollen? Aber wir rollen uns mal ein. Warte mal, ich roll mich hier, ich muss aber rüberkommen. Dann musst du aber auch rollen, sonst roll ich mich auch nicht. Eins, zwei, drei. Das Weiterrollen, Schassi. Also man kann sich sogar als Partner mit deinem Partner da einrollen und dann sieht dich keiner und du kannst deinen Spaß haben. Und jetzt wieder ausrollen. Unser Tonmann springt uns jetzt, glaube ich, gleich in die Decke. Oh, mein Bett. So, uns geht's gut. Ja, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ihr habt, glaube ich, gerade den Härtetest bewiesen, dass diese Decke richtig robust ist. Und vor allem zu diesem genialen Preis von gerade mal 10 Euro. Ich glaube, da müssen Sie ganz, ganz schnell sein, wenn Sie die natürlich auch noch gerne haben möchten. Machen Sie sich's bequem. Legen Sie die natürlich auch sehr, sehr gerne auch einfach mal ins Auto. Weil ich finde, so was im Auto liegen haben, das ist natürlich genau richtig. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Mit der Bestellnummer der NC 8098 und der 569 haben Sie die Möglichkeit, hier natürlich auch gerne wieder bis zu fünfmal zuzugreifen. Weil das ist das Schöne. Und Sie sehen es, drei wunderschöne Frauen, überhaupt kein Problem. Die passen natürlich perfekt hier ganz schnell mal auf unsere Decke. Und das ist natürlich super. Wir haben ja jetzt alle den Trank gerade rauszugehen. Wir wollen natürlich auch draußen die Zeit genießen. Und das können Sie jetzt hier mit unserer einzigartigen Picknickdecke. Und vor allem zu diesem genialen Preis von 10 Euro. Sie ist richtig bequem. Und ich finde es auch schön, dass man so eine Tragetasche umfunktionieren kann. Die kann man ja auch immer mal im Kofferraum haben. Ja, es ist richtig, richtig auch perfektes Timing. Denn jetzt ist ja der Frühling da. Das Wetter schön. Die Vöglein zwitschern. Und man will raus, Krokusse gucken und Schneeflöckchen. Äh, Schneeglöckchen. Ich sage ja noch, ja. Das macht dann Spaß. Ihr seid schon zwei so Schneeflöckchen, würde ich mal sagen. Deswegen machen wir mal ganz schnell weiter. Und jetzt wird es, glaube ich, richtig bequem, wenn ich das sehe. Das ist gut für alte Menschen wie mich. Anni, ich wollte mich draufsetzen. Ich habe das sogar zu Hause. Nein, nein, das hättest du mir eben gerade bringen sollen. Da hätte ich mich auf diese schöne Decke legen können. Das ist so ein, ähm, der Stoff, so ein Memory Foam Kissen. Und es ist optimal eben an den Nacken, an die Form des Nackens, also des Menschen angepasst. Meine Mama hat so ein Kissen. Das ist so eine ganz schöne Qualität. Und eben Memory Foam heißt Gedächtnisschaum. Also Sie sind da mit Ihrem Kopf drin und Nacken und das Kissen passt sich ideal an. Habe ich was vergessen, Christian? Es ist ein sogenanntes Wellness Schlafkissen aus thermoaktivem Memory Foam mit extrem bequemer Hightech-Füllung. Das Geheimnis dieses Kissen ist der thermoaktive und viskoseelastische Schaumstoff. Dieser stützt Kopf und Nacken auf idealer Weise und verhilft Ihnen so zu einem spürbar erholsameren und entspannteren Schlaf. Durch die Körperwärme wird das Material elastischer und passt sich der Form von Kopf und Nacken optimal an. Und ich glaube, du hast so eins. Du nimmst das überall mit hin, ne? Ich benutze das wirklich täglich. Seitdem habe ich nämlich keine Rückenschmerzen mehr, nicht mehr so schlimme Verspannungen. Weil bei diesen normalen Kissen, es verleitet ja, dass die Schultern auf dem Kissen liegen. Aber Schultern haben nichts auf dem Kopfkissen verloren, habe ich mir mal sagen lassen. Nur der Kopf, deswegen heißt es ja auch Kopfkissen und nicht Schultern, Nacken, Kopfkissen. Weil dann wird das Ganze, dann wird die Wirbelsäule zu sehr irgendwie abgeknickt, beziehungsweise die Halswirbelsäule. Und hier liegen sie automatisch ergonomisch richtig. Genau. Ich mache das automatisch immer, dass ich genau dieses Kissen, nämlich genau immer die Schultern drunter schiebe. Ich mag das nicht. Und das ist halt dann optimal. Also ein guter Schlaf ist ja sehr, sehr wichtig für eine gute Lebensqualität. Und wenn man hier wirklich optimal den Kopf und den Nacken platziert. Ich meine, wir Deutschen haben ja viele Nacken- und Rückenprobleme. Jeder kennt das ja auch so, wenn man aufwacht mit so einem steifen Nacken oder mit so einem... Das ist ein übles Gefühl. Probieren Sie das mal aus, wenn Sie das noch nicht kennen. Es ist wirklich... Ja, da träumen Sie bestimmt auch schöner. Also es ist ein Träumchen sozusagen. Ein toller, toller Preis, den wir Ihnen hier ermöglichen. 10 Euro. Wir schauen mal zu Pearl.de, was es regulär kosten würde. Knapp 20 Euro. Jetzt nochmal die Hälfte gespart. Das ist Ihre große Chance jetzt mit der Bestellnummer der MC 5427 und der 569. Wir hören auch jetzt gerade schon wieder unser Preisalarm. Unsere 3 in 1 Frischhaltedosen sind jetzt schon super, super stark nachgefragt. Georg ist unter anderem mit dabei und ich glaube, Georg wird sich so sein Mittagessen immer mitnehmen. Seid ihr eigentlich Rückenschläfer oder Seitenschläfer? Seitenschläfer. Bauch. Echt? Das ist selten. Ja, ich bin immer einmal, der muss sich so vergraben mit dem Kissen. Aber Hauptsache, die Schulter ist, also das Kissen ist da. Nein, sagt Diana auch. Diana ist, glaube ich, auch Seitenschläfer. Diana ist wirklich Seitenschläfer. Ja, ich auch. Mit einem Seitenschläferkissen. Vor allem, ich bin auch so einer, ich muss immer auf der gleichen Seite einschlafen. Ich schaffe es nie, auf eine andere Seite einzuschlafen. Welche Seite ist es? Also warte, immer auf die Seite. Die Linke auf der Seite des Herzens. Hm, interessant. So, und jetzt gehen wir in die Küche. Das ist schade. Das ist unsere Profi-Gusseisenpfanne, Servierpfanne mit Untersetzer. Pfifferlinge, Bratkartoffeln oder Gemüsepfanne aus dieser stilechten Servierpfanne aus massiven Gusseisen schmecken ihre herzhaften Ideen doppelt lecker zum Servieren, sehr elegant, auch zum Braten geeignet. Und viele wissen nicht, aber wir durften uns heute mal was Leckeres zum Essen nämlich liefern lassen von unseren Lieblingsgriechen aus Einbeck. Und ich kann dir sagen, normalerweise, wenn wir dort immer hingehen, serviert der genau in solchen Formen das Essen. Und das ist einfach so ein einzigartiger Geschmack nochmal. Ja, einzigartiger Geschmack und das inspiriert auch mal was anderes zu kochen. Denn da kann man mal so einen Themenabend machen, vielleicht mexikanisch. Ich kenne es auch, in Kalifornien haben die Mexikaner auch immer solche Schüsseln. Das kommt dann so richtig so sizzling an. Schlechte Soundeffekte, aber so ungefähr kommt es. Oder beim Argentiner, im argentinischen Restaurant auch so ein Steak direkt so im Ofen. Dann können sie das rausnehmen mit der Entnahmehilfe, platzieren auf dem Brötzchen. Und dann ist es auch mal so ein anderes Gefühl als täglich, Alltag immer das Gleiche. Dann hat man mal so ein bisschen Frische in den Alltag gebracht. Ob es jetzt Steak ist oder auch für dich, Anne, so eine Gemüsepfanne. Mit ein bisschen Käse vielleicht überbacken, je nachdem, was sie mögen. Oder Rosmarin-Kartoffeln. Das Schöne ist eben, es ist aus einem Guss. Und dadurch sind die extrem hitzebeständig und kratzfest. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt hier mit einer Gabel daraus essen, da kann nichts passieren. Da kann keine Beschichtung kaputt gehen. Da zerkratzt nichts. Und das kommt vor allem hier mit diesem Saviertablett zu Ihnen nach Hause, damit natürlich der Tisch geschont bleibt. Einfach draufstellen. Es ist ganz besonders, kann man auch mal neue Gerichte ausprobieren. Also momentan haben wir ja die Zeit. Und dann kann man auch mal schön stilvoll etwas servieren. Und vor allem, du kannst sie fast auf jedem Herd einmal verwenden. Ob Gas, Induktion, Elektro- oder Ceranherde. Selbst im Backofen kannst du da deine Zubereitung perfekt zubereiten. Mit der Bestellnummer NC 2900. Und der 569 dürfen Sie auch hier gerne wieder bis zu fünfmal zugreifen. Viermal würde ich die Minimum bestellen. Dann hat jeder nämlich seine eigene Form, wenn man mal was Leckeres zu essen zum Beispiel macht. Und da müssen Sie jetzt nur eins machen, unter der eingeblendeten Telefonnummer ganz einfach anrufen. Ja, auch ich liebe so Themenabende. Das lenkt mal so ein bisschen ab vom Alltag. Ob es jetzt hier auch mexikanisch, spanisch, südamerikanisch, griechisch, halloweenisch bei dir. Halloweenisch, also Marshmallows drauf machen, du bist ja spannend drauf, hey. Aber cool, ja, lassen Sie Ihre Ideen freien Lauf und mal was anderes machen. Und das für 10 Euro, so eine Qualität, wow. Wir machen schnell weiter, oder? Schnell geht es weiter mit dem nächsten Produkt, Diana, dreht sich schon hinein. Wow. Hat einen leichten Drehwurf. Es muss beflügelnd sein, dieses Produkt. Oder beschwipst. Oh, warte mal, ich muss sie gerade noch mal messen. Heiß. Oh, 21,4. Nee, das war nicht Diana. Nein, wir messen jetzt nicht natürlich die Temperatur von Menschen, sondern das ist tatsächlich für Gegenstände. Also gerade so für, ja, vielleicht Häuser, wenn man ein Haus kaufen möchte. Und vielleicht mal gucken, ist es denn gut gedämmt, wo kommt die Kälte her, wo ist es am wärmsten. Also auch gerade bei mir so ein altes Haus. Ich habe immer so eine Stelle, da entflieht mir förmlich die Wärme. Und da könnte ich mir aber genau die Ursache finden. Weil hier hat man ein Thermometer, oder nennt man das auch Thermometer, wenn es nicht für Menschen ist? Es ist ein berührungsloses Infrarot-Thermometer mit sogenannten Laserpointer. Und damit messen sie blitzschnell Temperaturen, sogar aus ganz sicherer Entfernung, ob an Wänden, Ofen, Öfen oder Motorenoberflächen. Dank Infrarotsensor ermitteln sie Kälte und Wärme im Zielbereich über einen Meter von Distanz und das bis auf 1,5 Grad genau. Und sowas ist natürlich richtig praktisch. Wir nutzen das übrigens immer, wenn wir mit unseren Luftkühlern arbeiten, um ja auch zu beweisen, was wir für eine Veränderung erzielen können. Und das bieten wir jetzt hier für unglaubliche 10 Euro an. Ist natürlich ein super, super Produkt. Auch wieder von AGT, also Markenprodukt, was sie jetzt hier bekommt. 10 Euro und Spitzenpreis. Wir schauen aber auch mal hier zu Pearl.de, denn der Preis liegt bei knapp, wow, 24 Euro. Das heißt, sie sparen jetzt nochmal 14 Euro mit der 569 an der Bestellnummer und bekommen es für unglaubliche 10 Euro. Alleine hier liegt die unverbindliche Preiseführung des Herstellers bei knapp 40 Euro. Also ich finde, das ist ja eine richtige Ersparnis. Ja, also vor allen Dingen, man kann es so vielseitig auch einsetzen. Du hast gesagt, für die Hausdämmung, wenn man ein Haus kauft oder wenn man baut oder für andere Sachen. Holz zum Beispiel, um vielleicht zu schauen, ob es trocken ist, für den Pool, auch gerne für Badewannentemperatur. Das Wasser, wenn man jetzt irgendwie Babys waschen möchte, dass man da mal guckt, wie ist das Wasser, die Temperatur, oder? Ja, ja. Also ich finde es auch gerade halt, ich glaube, Handwerker wissen so, für was die das alles einsetzen. Ich habe mein Bad neu gefließt und da war der Bode auf einer Stelle so kalt, da haben wir gedacht, oh Gott, nicht, dass da irgendwie eine Quelle ist oder so. Dann kommt es immer, drückt das Wasser von unten oder so. Also gerade für Handwerker, die wissen, das ist ständig im Gebrauch, aber zu dem kleinen Preis, kennt ihr das wahrscheinlich auch nicht. Ich bin auch ein bisschen baff. Man kann es vor allen Dingen auch auf Fahrenheit einstellen und auf Grad. Man hat noch ein Licht, das kann man zusätzlich einschalten. Also man kann tatsächlich im Dunkeln arbeiten und es ist tatsächlich hier einmal auf den Knopf gedrückt und dann messen Sie da die Temperatur des Gegenstandes und es ist blitzschnell angezeigt. Also wirklich eine tolle Qualität, da müssen Sie schnell sein für den kleinen Preis. Da müssen Sie richtig schnell sein. Bei 10 Euro ein Spitzenprodukt sollte man immer mal vorrätig, vorratsmäßig im Haus zu Hause haben, weil ich glaube für 10 Euro ist das wieder ein super Preis. Mit der Bestellnummer der NX8111 und der 569 dürfen Sie auch hier gerne wieder mehrfach zugreifen. Rufen Sie ganz schnell an unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gehen Sie gerne auch ins Internet unter pearl.tv. Das war sie schon wieder, unsere 10 Euro Überraschungsshow. Die gibt es übrigens täglich immer um 19 Uhr und wenn Sie um 17 Uhr nichts vorhaben, dann laden wir Sie ein, unsere 5 Euro Überraschungsshow einmal zu genießen. Spannende Produkte waren wieder dabei, egal ob es unsere Dosen waren, egal ob es unsere Servierpfanne waren oder jetzt auch hier unser Thermometer. Diese Produkte kommen genau richtig, nämlich 20 Euro Sonderpreis. Viel Spaß.